Laden, ich lade mal irgendwas hier. Auto, Schloss, Elend, hier, keine Ahnung, ich lade das mal. Da gucke ich mal, ob er dann irgendwie noch aufgetaucht ist, ansonsten ist das ja mal so ein scheiß Bug, würde ich mal so sagen. So, J, und dann... Das gibt's gar nicht, der ist verschwunden. Okay, dann lade ich jetzt mal den, das hilft dir alles nix, ey, was ne Kacke. Einfach weg. Die Hochelfen, bla bla, sind ganz tolle Viecher, der hat ein ganz interessantes Daedra-Schwert und der sieht ein bisschen aus wie, ähm, nach dieser Elf aus Herr der Ringe, ähm, mir fällt der Name nicht ein. Ihr, der, ihr wisst schon, der komische, der blonde. Ach, ich weiß auch nicht. Ja, das weiß ich, bla bla bla, wir holen uns eben den Reisebericht. Los, mach schon. Lolo, lo, 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 lo. Ich fühl mich irgendwie beobachtet. So, hier, Montagabend, Einsamkeit, Schloss, Elend. Es scheint, als werden sich diese Benitus Oculatus als genauso und... Ja, genau. Ja, 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 ja. So, wir folgen dem jetzt einfach mal. Keine Ahnung, irgendwie sonst so ein großes andere Wal haben wir ja irgendwie nicht, ne? Ich würde ihn jetzt gerne unterwegs schon meucheln, aber... Dies bringt ja nix. Einfach mal eine Schnee... Ja, 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 sabbel nicht. Einfach mal so eine Schnellreise nach Einsamkeit. So, und dann mal gucken, wo er jetzt, äh, wo er sich jetzt rumtreibt. Stufe 30, schwarzer Bildschirm. Rauch. So, Blick auf die Karte. Töte Gaius Maro. Keine Ahnung, der geht irgendwie da unten hin und dann ist er weg. Ich würde sagen, wir suchen den jetzt mal. Äh, ja, der geht unten hier irgendwo so die Richtung. Machen wir mal eine Schnellreise hin. Hm, hm, hm. Ah, ich will den Lumpen haben. Wo ist er? Ha! Müsste jetzt zum Butz kommen. Äh, von da. Gaius. Gaius. Wo bist du? Zeig dich. Da hinten. Dä, 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 dä. Oh, das sieht aus, als wenn die auf den schon warten. Ich speicher mal. Hallo, Rasina. Seid gegrüßt. Friede sei mit euch. Ja, Friede auch mit dir. Möchtet ihr etwas käuflich erwerben? Nein, ich brauche keine Tränen im Schlossknecke. Ja, wir gucken uns so lange mal schöne Landschaft an. Kann man die nicht wegschicken? Guck mal, der schleicht noch nicht mal, wenn ich schleiche. Den Ruf eines unschuldigen Mannes zerstören. Ah, wie soll man denn so nicht auffallen? Ein Auftrag, der des Zuhörers wirklich würdig ist. In der Leere gibt es keinen Schmerz. Ah, genau. Dann begib dich mal schmerzlos in die Leere. Ah Gott, das ist aber auch ein langweiliger Weg mit dem Kerl hier. Mein Gott. Der kann aber auch nichts Spannendes machen. Keine Ahnung, wir können einfach mal so ein bisschen hier rumtadeln, dattern, laufen. Ja, keine Ahnung. Einfach mal so ein bisschen gucken. Die wunderschönen Steine, die wunderschönen verschwommenen Texturen hier. Mjam, 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 mjam. Aber um den Bonus zu kriegen, wo wir in die Zukunft gucken können, was schon ziemlich geil wäre, müssen wir den halt in einer größeren Stadt töten. Und da wäre das erste halt nochmal Einsamkeit. Ich gucke nochmal da oben auf dem Hügel. Der läuft da immer noch. Der hat es nicht so ganz eilig mit Sicherheitsdingens kontrollieren. Ich komme nicht hoch. Boah, Älter, jetzt mach doch mal hin. Und vor allem, wo läufst du denn lang? Also unterwegs wäre gar kein Problem. Hey, Traveller. Schatz? Nein. Ich dachte, da wäre ein Schatz drin. Oh. Also, mein Jung. So kann man aber keinen Krieg gewinnen. Und ich hätte ihn schon auf so viele Arten töten können. Mhmm. Na, 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 na. E, yo, e, yo. Das sieht total scheiße aus gerade irgendwie. So diese Ecke. Bäh. Bapfui. Vor allem, wo läuft der denn hin? Du willst doch nach Einsamkeit, du Stoffel. Hä? Geht jetzt eine Runde schwimmen oder was ist los hier? Ähm. Ähm, Kollege? Ja, genau. Ach, du musstest nur eben austreten. Ja, gar kein Ding. Ach, du fühlst dich gestört, weil ich zugeguckt habe. Ach. Das macht man bei uns so. So gehört sich das. Ich schwimme so lange eine Runde. Vielleicht gibt es ja was Schönes unter Wasser. Plupp, 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 plupp. Plupp, 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 plupp. Aber wann ertrinkt man eigentlich? Ich tauche mal auf. Plupp, 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 plupp. Gibt es hier wohl so unter Wasser versteckte Schätze? weiß ich gar nicht gesehen habe ich hier noch kein bis auf einmal hier so eine ruine die mal hier unter wasser war da ist eine schlammkrabbe da ist noch eine schlammkrabbe die sind aber gerade mal egal da sind diese komischen rüsseldinger das ist so öde diesen typ zu folgen eine ganze aufnahme nur diesen alten stoffel folgen ganz großes kino ja das tut mir leid aber was soll ich machen der typ ist so langsam und ich hätte es ganz gerne so hintereinander weg jetzt erledigt vor allem ich weiß auch gar nicht wo der hingehen will geschweige denn wo man überhaupt hinkommt wenn ich mir so den weg angucke keine ahnung kann er ja irgendwie nur so hier rum darum und dann wieder nach einsamkeit das wäre natürlich mal richtig ätzend aber ich habe auch so ein bisschen die angst dass dass wir könnten so lange zum leuchtturm diese diese zwiespältige quest was der eine kajit uns angeboten hatte oh nein wo ist ja eine vogel jetzt schon wieder hin der war doch schon wieder durch die prärie was macht er da Junge du wolltest nach einsamkeit ey nicht in wald kacken ernsthaft zurückbleiben bürger ich muss mich um eine richtige sache kümmern ja was denn an baum kacken oder was bis zum nächsten mal ja bis dann ne man 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 das kann sich noch um so viele jahre handeln was denn das für ein schiff das ist ja gar nicht das eine wo ich gedacht habe was ich gedacht habe was das ist 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 das dann hier die wovon der eine gesprochen hat holde krecken entdeckt okay hallo holde krecken wie jetzt was habe ich denn getan was habe ich denn getan das habe ich denn euch getan sag doch mal krummsäbel vor die piraten hier rot war donen stiefel ich lege mal eben ein schild an ich weiß gar nicht was hier passiert was wollen die denn von mir ihr könnt doch machen was ihr wollt vor allem das ist alles auch kein stähl hier ist das ein gekapertes schiff oder was öffnen holde krecken mhm da bin ich ja mal gespannt was uns jetzt hier erwartet schwarzer bildschirm ist immer noch kein stehlen das finde ich auch ein bisschen komisch immer noch ich vermute mal keine ahnung dass es dann tatsächlich ein ein piratenschiff ist sind auf jeden fall genug leute hier unten gott sei dank dass wir den einen los sind mit dem blöden auch nicht hört sich eigentlich eher langweilig an ist da jemand oh oh nee 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 oh die können aber ganz gut hören oh 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 was nix ich muss mal eben grad meine schleichrüstung wieder anziehen hier das habe ich mir wohl bloß eingebildet das war aber knapp okay vielleicht ist es dann ja was anderes dann müssen wir vielleicht wirklich hier den turm dieses dingen ausschalten und dann zerschellen die da vielleicht so orkische 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 sonst noch was nee nee stahlplattenstiefel das stimmt ja stiefel haben wir uns auch noch nicht geschmiedet oder nee haben wir noch nicht das müssen wir auch noch machen wenn wir das können der leuchtturm der leuchtturm hallo leuchtturm das nebenwürzchen nehmen wir noch mit was was total laut schon wieder am rumscheppern ist hier da war doch grad was was hier nicht so vielleicht alles noch so los ist leuchtturm entdeckt mhm äh leuchtturm von einsamkeit nee wir können glaube ich auch so hochklettern oder was dim 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 Mr. Sandman bring me a queen na 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 hähre zu y ara r r r r r r bog ja keine ahnung mir ist das scheiß egal aber sollen hier alle kentern wenn die bocke haben Ja, hier sind doch alles Penner hier. Alles unfreundliche Säcke hier auf den Schiffen. Sollen sie doch alle ertrinken. Schlossknacken, verbessert. Sehe ich auch so. Tschüss dann. Versuchen wir es so nochmal. Speichern. Hoffentlich liegt er schon wieder. Kann man nicht einmal seine Ruhe haben? Verschwindert. Ja, ist okay. Ich habe es ja verstanden. Ich habe es ja verstanden.